Es ist Dienstag, der 6. Februar 2024 und damit ganz herzlich willkommen zu jeden Tag ein Ü-Ei hier bei unser Sammler Team. Wir öffnen mit euch jeden Tag ein Ü-Ei, ein Mädchen-Ü-Ei oder ein Kinder-Joy-Ei. Und heute habe ich für euch wieder das beliebte Kinder-Joy-Ei, das es nämlich auch inzwischen ja im Winter bei uns gibt. Wir öffnen also heute ein neues Kinder-Joy-Ei der ganz neuen Kollektion. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und besucht uns gern unter www.unser-sammler-team.de Und dort gerne auch im Forum. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan von unser Sammler Team.